da sind wir wieder die Lüge und wir haben jetzt nach die die heißt die Stadt Barstow der Barstow und nach Elkos nicht mehr ist auch so so er war so weiter wie es auch ich war so was man möchte fährt bitte der Kasten ab und so wir haben nicht nur gemacht mehr als keine wissen darf wir haben Aufträge aus dem anderen Kaff abgeholt Schuss das ist wegen der Welt in das Leben Verräter weiss er aber schon keiner wissen aber er erzählt es eher schweizierter in die Ausbildung die wieder mit nie wieder was nicht der Kölner Schaubille mitnehmen der Kunde wie ich einmal mit euch vorhanden die ich nicht Prozent er wäre egal dass er ausplaudert das geht doch gar nicht was er vor 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 folgendem der josh ist umgefallen aber ja auch spielen auf screen fällt immer um aber eine Aufnahme nie ich habe sogar ein screenshot gemacht jährlich ja wegen der Ende der Ruhe voll unspannend es war jetzt ein Thumbnail und er ist aber kein weiteres Bild er hat sich vor der Betrug weil ich sage ich erfolge vorkommen aber wir haben drüber überlegen dass man darf das eigentlich gar von einer das tut man da war nicht das ist er läuft Leute betrugen was du da machst an die du darfst mich gerne überholen wenn ich jetzt bin ich bin auf sicherheitsabstand habe ich hier die city geändert hier krass ich habe sie nicht ich habe sie jetzt schon wieder geläftet ja hier ist sie left ich habe mail ja die sachen sind noch irgendwie so ein bisschen buggy hatten sie irgendwie in dem blog geschrieben ja was ich auch noch kommen jetzt updates demnächst was ist buggy hoffentlich nicht heute abend mit den cities D da kann also theoretisch könntest du das schon Prozent als Peter um mitfahren bis zu uns Prozent hier kommen die hier sind die Städte begrenzungen gesetzt wo gar keine Städte sind wo wir haben uns also wie gerade hier und das wollen sie jetzt fixen fixen ja unter anderem und Prozent dann soll man sich auch machen diese Auswahl Dinger ausschalten können beim Einparken und so Schöner ausseiten auch was ist an die was ich denn wenn sie ich brauche halt aber wohl noch um den Überholung um ja aber wir sind gleich schnell da ist überholen dann Elefanten wenn das ist dann jetzt kannst du über ist hier irgendwann eher ein Volkler produktiv denn was er ist getan aber irgendwie sagte man könnte mit der Achso weil ich zurückgesetzt habe vorhin wegen der Ladung die Hälfte nächste Tankstelle ist noch ein bisschen auf sich warten ja aber nicht mehr allzu lang das ist los es geht noch alles klar all sind hier Aliens all die ja hier ist doch die Wüste wo es abgestürzt ist oaah das schwenkt da aus das schwenkt da aus das war aber eine Ruckler Zuckler ein Ruckler Zuckler der Ruckler Zuckler ich habe Mehl du hast den Karsten mal vorbei huiuiuiuiuiuiuiui Karsten bist du noch da? ja Karsten da ja ich seh den Julian nicht mehr ich bin hinter dir weit hinter dir ich seh dich noch gut aber ich halte Sicherheitsabstand boah hier voll die Pampa seit wann das denn? äh weil nicht ich aus Versehen wegen der Tastatur so schlecht ausreichend abrennen möchte und dann äh dich beschädigen möchte dann bist du sauer weil ich dich beschädigt habe und es ein Unfall war aber äh bla bla also weiter und so fort Tankstelle und ein Hotel so ich schalte jetzt mal hier einfach mal an auf der Straße Hotel es kommt ja sonst keiner ich geh mal in die Rest Area ja naja ich war ich war Josh er wäre das Tankstelle an den Rest wo? ach da boah das ist geil hier du bist auf ne Mauer ach wo ist das denn geil Nehna ja schaut euch das mal an hier das ist super geil ist egal gar nicht nur konzentrieren Aua zumal Eriels jetzt sind da haben wir nicht einfach so da auch manchmal will alle zu kurz nicht bekommen wir gar nicht wenn wir nicht so das ist so unpassend ne das ist das voll der Tag fast länger als das macht ihr da ihr schweiß und das ist ein geilsamt er wird jeder mal wegfahren wird mit mir will keine Ringelrein spielen deswegen fahre ich alleine rum Ringelbeer? Ringelrein Ringelbeer? Ringelbeer? Ringelbeer da ist Ringelbeer ach Andi bist du jetzt rückwärts rausgefahren? ja weil ich dann drum gekommen bin ich hab mir eben schon Schaden zugefogen rum? zugefogen? zugefogen don't drink and drive run zu wer hat sich da zugefohnt? ach von hier das ist das Schadenfohn hm dem Schaden zugefohnt dam 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 ach Julian wie? ach Julian die linke Spur ist nicht rechts dieser Erkenntnis ja also ok du scheiß aus auf die linke Spur weil du glockierst nicht recht und ich bin dann der der blöde ja das sowieso ja das sowieso ja ich ignorier das übrigens also das könnte sagen oder lassen was ist ja und nein das Prozent jede Art von dis das auch wieder aber das auch ja genau das ist ja egal mir egal ist egal also was mich umgefallen an die Söner Kreuzungen ist mir egal ich irgendwie nachvollziehen Prozent Prozent das ist jetzt wieder gelegt da nee da ist ein Schild ich hab das Schild umgenietet Schaaf so das wird ein Schilder an oder auch ein Wohnwagen Bruder anstelle diese Tankstelle wir waren noch gerade wir waren noch gerade muss jemand tanken wir waren auch so an alle geladen Kasten muss mal pipi die hat man eigentlich nehmen können weil da wäre ich besser reingekommen Eintracht was ruse Tankstelle aber es gibt hier mehr Tankstellen als in Europa es gibt ja auch Tankstellen in Städten ja aber es gibt hier mehr Tankstellen als in Europa Julian hat voll gelogen der hat mir damals wo es noch nicht draußen war hat er mir erzählt das würde schwierig werden in ATS was mit Tankstellen ja weil wenn du über so Wüstenstraßen fährst in der Einöde ist normal nicht viel mit Tanke ist der so eine Öde oder so zwei ja gar nichts ne guck mal da sind zwei LKWs ich krieg dich 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 ich krieg den Karsten auch also ich bin jetzt bei der Tankstelle ich hab dich 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 ich hab ihn auch hallo Andi seid ihr jetzt links und rechts von Karsten oder was genau ich sehe das jetzt schon die haben mich einfach mal überholt ich finde es gerade gut dass ich so viel Sicherheitsabstand habe weil wenn da irgendwas passiert habe ich noch genug Windräder naja die Strecke ging jetzt die ganze Zeit geradeaus das war jetzt nicht so schwierig für die beiden ja ja ich hab jetzt hier gerade eine leichte Kurve ich fahre gerade eine leichte Kurve den Berg hoch übrigens müssen wir da gleich rechts abbiegen ist das schön hier weil das sind Windräder oder willst du rechts abbiegen Andi Oho ich lass dich mal rein Andi Oho Andi Ohpselon Andi Andi Ohpselon nicht so schnell oh 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 schau mal das ist die Sonne oh Windräder hier links sind Windräder Windräder endlich will das machen Windräder die sind alle gesponsert von der Lügenpresse Windräder sind ja schlecht für 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 die Umwelt und so rechts ab ne du hast es aber einen Moment man würdest du aber noch sagen dürfen ja ja er durfte natürlich würde man das sagen dürfen ja ja ich seh dich überhaupt nicht ich falle hier rechts ja ich seh schon auch alle rechts abgebogen hast du großen Schlenker gemacht ne das ist schön heute sinkt für sie das Nibu oh hier sind auch Vögel die da fließen Adler oh es ist aber eng hier Josh ja ich hab jetzt gerade nur gesagt jetzt hast du es aber weil der Chikoten das in deinem Special so angesprochen hat dass du das in dem Video gerne mal versteckst was denn ach so solche Anmerkungen ja ist doch so ja ist auch so das ist auch richtig so das Kurvenüberhöhung ist cool oh die Sonne es wird da ne wobei wir sind ja auch nur die Lügenpresse wahrscheinlich weil wir die Medien sind und sowas ich seh euch aber ne wir sind nicht politisch deswegen wie du siehst uns doch ich bin schon politisch ich hab da voll was gegen ne ich mein aber jetzt in unseren Videos in der Hand ja ich schon ja weil mich das unglaublich n m und das heißt auch bei uns da oben recht ja heißt das Ballons wo sind das Ballons wo sind das Ballons diesen rot gelb und gleichzeitig grün Julian wie die die sind rot gelb und gleichzeitig grün ja weiß wie das geht indem die rot gelb und gleichzeitig grün sind oh schon mal da steht alter Truck Andi hast du den da rechts in die Seite gefahren weil der sieht ein bisschen äh ne ich hab eben das Schild umgenietest das Schild ist umgenietest schau ich auch die Heißluftballons sind voll cool boah die Heißluftballons sind voll cool und ja da musst du dich über die sichtweiten Distanz hoch stellen oh ne Farm oder was ist das ach ne oh die Sonne blendet oh my normal braucht du müssen das hier eine dicke Plone ah guck mal oh guck mal wie viele da sind vier Stück ich zähle vier äh bist du dir sicher dass das richtig ist Andi nein ich bin falsch gefahren äh soll ich irgendwie stehen bleiben ähm ähm ja ich guck mal kurz wohin du fährst ah ich bin hinter Carsten guck mal der fährt auch richtig warte mal so also der Andi fährt gerade rechts hoch du kannst im Prim drehen au ey ist der bescheuert sehr wahrscheinlich ja äh hier hat mich grad einer voll weg gerammt ach haben wir schon wieder so einen kommst du klar oder kann ich sollte ich hinterher kommen ne ich steh noch ich mich hätt's nur fast umgeworfen komm mal klar alter komm mal klar ja wo steht die denn hoffen wir geborgen hoffen hoffen jürgen jürgen da wollte die denn anlass egal da kannst du nicht drehen Andi ich kann es nicht der Schmerz oder Andi schreibt da das war da angepasst okay du kleiner Kaka schreibt er jetzt ich drehe jetzt was ist denn hier nochmal Warnblinker f ne ja f ist ne die Taste auf dem auf dem Lenkrad dafür jürgen 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 die haben genau den gleichen Inhalt wie unsere Köpfe die Sonne oder die heißen Ballons ne die heißen oh da ist eine Firma da ist Öl 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 kann man da machen oder ist das ein Atomkraftwerk muss man da Öl wo seid ihr denn jetzt ja wir sind direkt vor hochgefahren ja wollen wir nicht warten dass man alle Öl ja ich wart hier aber auf der neuen Straße damit Andi uns zieht vorbei wenn er vorbeikommt Andi warum fährst du wieder runter ja ich muss ja irgendwie zu euch kommen ja aber nee dann wäre es ja auch so an müssen nicht runter genau deswegen wäre ich nicht denn hierher gefahren vor zu vermeiden des issues ach da muss ich sogar gleich schon abliefern dann muss ich auch abliefern ich stehe ein bisschen doof finde ich so auf der war so der Kasse liefert wieder ab also heute so gut in Form H Andi Kasse liefert heute wieder ab oder Andi du hast keine Stabel Gabler oder nein ich habe einen Container der Andi der fährt jetzt im Berg wieder hoch jetzt fährt er gerade in die Kurve rein fährt er wo wir richtig sind ja der fährt wo wir richtig sind ja jetzt fährt er wo wir richtig sind und wann fährt er wo wir falsch sind ja dann als die Wälder oder woanders ist jetzt ist er an die Weg jetzt ist er wieder da wo seid ihr denn ja jetzt kommt der Andi auf uns zu kommt der Andi auf uns zu kommt jetzt genau auf uns zu fahren oh da hinten sind Heißluftballons und wir können wieder losfahren da ist der Andi wo ist er wo ist er ah da ist er denn ich scher mal nicht aus scher dich hin zum Teufel guck mal hier zum Fluss voll cool voll cool der ist flüssig oh ein Tunnel ne ach der hat auch ganz viel YouTube Money deswegen ist er flüssig n kein Tunnel hieß das selben hier runterfahren naja wieso ja weil wir hier abliefern müssen ok wir müssen nämlich noch nach Basso und dann links hey da da hängt es das Funkgerät im Bild in Sichtfeld ist es normal ne das ist das Funkgerät komische der Gerät der Gerät so da oben ja der Gerät ich verwirrt ich bin auch nie müde einen Moment kurz die Fahrwahl nein ihr müsst mal kurz einen Moment bitte einen Moment bitte die Anrufe wird gerät ausgemust ok ja ja Carsten super da wo du bist ich liefere ich immer alles so wie es ist und dann treffen wir uns beim Andi ich musste aber auch abliefern ja dann kommen du auch oh erster Aufenthalte im Barstow dann erscheine du auch oh erster Aufenthalte im Barstow oder links gibt's Magnum Ice cool rail export guck mal hier ist so ein so ein Umschlagsplatz hier kann man hier wird die Ware von dem LKW auf den Zug umge- eh aber schlagen finde ich jetzt nicht so toll Carsten das finde ich jetzt politisch eher inkorrekt äh warte mal wo muss ich ihn hin aber das kann ich für ein du hast halt Güter bei Züge fahren Güterthumbnail benutzen weil da die Maschinen drauf sind da ich versuche das haben wir ja gar nicht ich ich seit ihr hier in der Firma die rechts die geradeaus ist durch ist bei Rail Export die ist voll durch die Firma die ist auch voll durch weil die die der Foto-Modus ist voll cool da kann man hier voll voll die die Umgebung hier voll die ja und da stehen Leute auf dem Zug voll die baut der nicht Objekte noch um sie ja der hat mal Objekte noch um sie alter Schwede wie soll das denn gehen Oder die Stadt Holgi. Nee, Volti. Er freut sich das bisschen vor, weil wir ein Video erwähnt haben. Ich fahr jetzt vorwärts hier. Carsten, hast du auch auf Sicher, nur mal sicher den Punkt genommen? Nein. Oh, cool. Ich war ein Idiot. Du kannst ihn noch ändern, das weißt du, ne? Muss ich nach vorne fahren? Dafür? Ja. Also da hinten rein, das ist ja echt ein Traum. Besonders mit so einem Riesending. Ah, ich mach das. Warte mal, wie mach ich das denn? So, da ist der Attack. Ich geh mal wieder in mein schönes Kabin. Ist der ja da, hat es mir. Aber was ich besser finde bei ATS, die haben nicht mehr diese Begrenzungen an der Seite. Du kannst weiter reinfahren. Begrenzung an der Seite? Ja, im Terrain. Ach so, ja, das stimmt. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Zumindest vor der Aufnahme, ne? Stimmt, du bist sowas... Wobei auch in der Aufnahme. Ja, jetzt ist auch gerade in der Aufnahme. Das würde ich ja vielleicht sehen. Du bist auf dem Tunnel auch vorher. Ich hab was auf Video, Schwör. Vollgeil. Supergeil. Nee, das gibt doch dieses Open-World-Feeling. Stimmt. Seien Sie, was nett geht, warum sie kannst du durch Häuser fahren? Hier, nett. Das ist doof. Wobei es kommt noch auf die Häuser an Ich meine, hier kann's auch nicht fahren. Ja, und das kommt auf deine Kollisions-Einstellung an? Nee, wenn du... Selbst wenn du alle Kollisions-Einstellungen an hast, kannst du durch manche Häuser noch durchfahren. Ja, da liegt zwar an, dass er aber auf keine Kokonimunen-Vorpos haben. Kokonimunen-Koch-Kokonimunen. Kokonimunen-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch. hoher macht Verwerbung Leitlin und Deutsch der Bestiebe hofft mit Schiff von Rückstellungen aber jetzt aber da ist ein Reichstag ein Soli und Ernest von Pinkner LKW mir vorbei normal bis die die immer gefahren so um der muss nur noch bei der Schild da haben du und nicht er wie heißt meine Firma es ist so so gelbes Sonnens das weiß ich nicht mehr guck mal gerade warte mal außergewöhnlicher Champion ausgezeichnet wo müssen wir jetzt als nächstes hin warum habe ich denn hier schon wieder keine Frachten das ist rechts die Firma von Flaster Sons also rechts die Firma davon wo die Straße dann runter geht ich weiß nicht da steht bei mir nix das ist so ein V was machen die jetzt hier alle die da runter geht also meine dann sind wir meine kurz zuerst das ist meine ein bisschen hier früher da also die links von dem Schlafplatz im Prinzip ich weiß nicht so die